München ist in und wächst. Immer mehr kommen, um zu bleiben. Die Stadt boomt. Hier werden Familien gegründet. Schöne Sache, aber auf dem Immobilienmarkt wird es spürbar eng. So sind wir Deutschlands Hauptstadt der Pendler geworden. Über 368.000 fahren täglich rein und machen uns auch noch zur deutschen Stauhauptstadt. Und du? Du drängelst dich in der S-Bahn. Diese wurde 1972 zu ihrem Start für 250.000 Fahrgäste täglich konzipiert. Mittlerweile aber fahren bis zu 840.000 am Tag. Eine Herausforderung für dich und für uns. Also haben wir uns zur größten Zugmodernisierung unserer Geschichte entschlossen. Für eine S-Bahn, in dem mehr Platz für dich sein wird. Dazu haben wir über 1000 Teile neu organisiert. Und nun ist es soweit. Wir holen alle 238 Züge von der Schiene. Nicht auf einmal, aber nach und nach. Jeden einzelnen. Um sie innen neu aufzubauen. Zuerst muss alles raus. Für 36.000 Quadratmeter neuen Bodenbelag. Für dein Gepäck oder dein Fahrrad. Für Kinderwagen und für Rollstühle. Das neue Raumkonzept zeigt, wo Platz dafür ist. Details zu deiner Fahrt zeigen dir unsere neuen Panorama-Bildschirme. Ab 2019 sogar mit Echtzeitdaten aus dem Münchner S-Bahn-Netz für deine aktuellen Anschlüsse. Wo heute viele Menschen sind, will man sich auch wohl und sicher fühlen. Intelligente LED-Deckenbeleuchtung sorgt dafür. In unserem Zug kommt alles zusammen und wird zum intelligenten LED-Deckenlichtband montiert. Es verbessert deine Wahrnehmung und Orientierung mit Tageslicht abhängiger Helligkeit. An hellen Tagen leuchtet es weniger hell, an dunklen Tagen heller und nachts sowieso. Was noch? Ach, unsere neue Exitsbank. Die, und das ist für eine S-Bahn nun wirklich neu, eher rund ist. Mit eigens für diese Rundungen neu entwickeltem Stoffmuster für das bessere Beieinandersitzen von Familien, Kindergruppen und Freunden. Nehmt alle Platz. Münchens modernisierte S-Bahn. Am besten du erlebst sie selbst einmal. Steig ein. Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Infos. Für dich bewegen wir uns, für die wachsende Metropole München.